So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum zweiten Teil meines This War of Mine Let's Play Erklärvideos, wo ich quasi jetzt den zweiten Tag von Erika, Emira und Anton in diesem Szenario spiele, euch halt die Geschichte weitererzähle. Für alle, die halt wirklich sehen wollen, wie so ein, zwei Tage am Stück geschehen. Wie gesagt, guckt gerne auch auf meinen Live-Kanal. Da seht ihr wirklich eine komplette Partie, die ich und Karl gespielt haben. Karl war wirklich sehr drin, ich auch. Und wir hatten da wirklich sehr viel Spaß dran, sofern man bei diesem Spiel von Spaß reden kann. Und ja, wir sind jetzt am Morgen des zweiten Tages. Das heißt, wir ziehen wieder ein Ereignis. Gucken. Legt zwei Kältemarker in den Bereich Kälte. Und das Problem ist, dadurch, dass wir einen harten Winter haben, legen wir immer zwei Kältemarker zusätzlich da rein. Das heißt, wir haben jetzt schon vier Kältemarker. Das heißt, in unserem Haus ist es arschkalt. Wir haben einen super harten Winter. Wir werden wahrscheinlich krank dadurch. Wir müssen was dagegen tun. In der letzten Partie, die wir gespielt haben, haben wir irgendwo so einen Händler gefunden, so einen Mechaniker, der einen Generator hatte, den er uns mit nach Hause getragen hat, den er uns teuer verkauft hat, den wir aber immer Kälte wegmachen konnten, ganz gut. Ja, das ist jetzt leider passiert. Außerdem haben wir eine Hungersnot. Legt diese Karte auf das Feld gefundene Sachen. Dort liegen die Karten, werden aus dem Spiel entfernt. Und der Wert von Konservendosen, rohen Essen und Gemüse steigt um drei. Das heißt, wenn wir jetzt handeln und das Zeug haben und es rausgeben, dann ist das gut, weil dann kriegen wir mehr Geld dafür. Wenn wir es aber dringend brauchen, ist das schlecht, weil wir haben halt gerade eine Hungersnot. Da müssen wir deutlich mehr dafür bezahlen. Das wäre also nicht ganz so supergeil. Okay. Und ja, das war auch schon der Tag. Und dann würden wir jetzt schon wieder zu den Tagaktionen kommen. Ihr seht hier, alle Charaktere haben zwei Aktionen. Und ja. Da ist die Frage, was wir jetzt machen. Wir sollten auf jeden Fall das Heizgerät benutzen. Ob das so viel bringt? Weiß man nicht. Wir können auch mal gucken. Wenn wir das Ding hier vernageln wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich eine Werkstätte. Mit Brettern vernageln. Ein Bestandteil für Holz, dick ein Brettermarker auf ein Loch im Unterschlupf. Dafür brauchen wir ein mechanisches Teil. Das haben wir nicht. Fünf Bestandteile und drei Holz. Das hätten wir zur Not. Uns fehlt nur das mechanische Teil. Wir können vors Haus gehen und versuchen zu handeln. Aber ob das klappt oder nicht, weiß man nicht. Und dann sind halt vielleicht die Aktionen. So, ich bin jetzt schon im Video zum nächsten Tag. Was ich gerade vergessen habe, was man am Anfang immer vergisst, was das doof ist, weil wir haben schon zwei Kampagnen gespielt. Immer wenn man noch Gewicht über hat, was wir ja gerade hatten, werden wir, glaube ich, nur Sachen mit 1, 2, ja, im Gewicht von, ich glaube, wir hatten zwei dabei. Den Rest kann man immer nach Belieben mit Wasser, Holz oder mechanischen Teilen auffüllen. Das heißt, die hätten eben einfach noch vier Wasser mit nach Hause bringen können, was sie natürlich auch gemacht haben. Das heißt natürlich auch, das hatten wir auch in unserer letzten Kampagne, wir waren zweimal los, weil wir einfach, um Sachen bauen zu müssen, brauchten wir nur den Kram. Alles andere hatten wir im Überfluss, wir hatten nur nicht genug Holz, nicht genug mechanische Teile und hier mit dem Suchen, das kann halt klappen, kann nicht dauern. Wir haben einfach zwei Leute mit einer hohen Tragkraft losgeschickt, haben einen Eingangsabgandelt, sind sofort wieder zurück und haben halt einfach alles mit Wasser, das wir brauchten und mechanischen Teilen in Holz vollgeknallt. Das kann man machen. Und wie gesagt, das nicht vergessen, das geht immer einfach so, solange ihr halt Gewicht habt, alles davon wiegt halt immer eins, aber das könnt ihr einfach so mit zurücknehmen. Und manchmal ist es wichtiger, als den dritten Filter oder die fünfte Chemikalien mit nach Hause zu nehmen. So, nicht wundern, mir ist gerade wieder eingefallen, dass die Leute immer die Bestandteile mit nach Hause nehmen können. Also Wasser, mechanische Teile und Holz, das heißt, das habe ich jetzt noch gerade nachgefüllt. Ich würde jetzt mal einfach sagen, dass wir mal versuchen, dass Heiz... Was haben wir denn hier noch, wo wir gar nichts für brauchen? Ein Bett könnten wir bauen, drei Bestandteile für Holz und könnten die Leute schlafen. Das müssen die bald mal tun. Metallwerkstätte bauen, gegen mechanisches Teil, mit einem Bestandteil in einem mechanischen Teil. Auf der Vorderseite steht immer drauf, was man alles damit machen kann. Und das ist alles irgendwie gut. Irgendwie Schnapsbrauen, Zucker und so brauchen wir dafür, Schlagfalle, die generiert selbst Essen, Bett-Mittagsschlaf halten. Ein Bett ist einfach... Ja, dadurch, dass wir jetzt auch immer mehr Erschöpfung bekommen und ich die Leute einfach tagsüber schlafen lassen möchte. Aber natürlich, Essen müssen die Leute auch. Das heißt, irgendwie so ein Kräutergarten, primitiven Herd. Da kann man halt Wasser, irgendwie Zeug kochen. Zwei Kräuter, ein Wasser... Ja, man will von diesen Sachen am Ende irgendwie alles haben und auch man will Ideen haben, um da noch coolere Sachen reinzubringen. Das erspare ich uns jetzt mal für dieses Video. Wir bauen jetzt einfach ein Bett. Das heißt, er kann hier oben hingehen. Das ist hier oben. Das heißt, das heißt einfach nur, dass die Aktion einfach immer machen kann. Dann muss ich hier in die Windschhaufen oder sowas. Und dann gibt er mal drei Bestandteile und... Oh, vier Holz. Ja, können wir machen. Aus und dann bauen wir halt ein Bett. Das heißt, die Sachen tun wir jetzt auch wieder hier zurück. Und jetzt können wir die Leute auch dann ab der nächsten Nacht mal schlafen lassen. Und das Einverheizgel können wir noch verbessern. Das heißt, wir legen das mal einfach erstmal hier hin. Und die anderen beiden benutzen währenddessen mal hier das einfache Heizgerät. Geben jetzt also zwei Holz und oder Bücher ab. Also jeder zwei. Also insgesamt vier. Und dann können wir hier mal zwei Kältemarker wegmachen. Und jetzt kann man sagen, okay, jetzt hat ja jeder von denen noch eine zweite Aktion, dass einer von denen einfach das nochmal macht und zwei Holz abkippt. Dann sind wir echt schon wieder ganz schön geschröpft. Und hier nochmal ein Kältebeg macht. Dann haben wir jetzt immer nur noch drei Kälte da. Hier oben habe ich die gerade weggenommen. Das war gar nicht im Bild. Und dann könnte ich jetzt mit der zweiten Aktion zum Beispiel sie im Bett schlafen lassen. Dann sinkt ihre Erschöpfung um zwei. Das heißt, der Mark hier wird abgelegt werden. Und ihn hier könnte ich jetzt mit einer Schaufel noch die Schuttreste wegschaufeln lassen. Da haben wir eine Schaufel. Das ist wichtig, dass man die da drauflegt. Weil man kann ja nicht an drei Schuttresten mit drei Charakteren gleichzeitig bauen, wenn man nur eine Schaufel hat. Und dann würden die jetzt einfach aus dem Spiel kommen. Rückseite war einfach der Schutt. Das heißt, die kommt einfach raus. Das hat uns jetzt nichts gebracht. Aber wir haben jetzt Zugang zum Mobiliar. Das war jetzt bei allen die zweite Aktion. Sie hat geschlafen. Sie hat nochmal Feuer gemacht. Und er hat das weggeräumt. Dadurch, dass sie aber geschlafen hat, hat sie jetzt hier keinen Punkt. Das heißt, ihre dritte Aktion ist jetzt wieder frei. Das heißt, sie könnte jetzt noch sagen, sie geht mal hier das Mobiliar durchsuchen. Mit ihrer letzten Aktion. Boah. Das lohnt sich. War auch gut, dass wir das gemacht haben. Das hält den Hunger ein bisschen in den Griff. Ein, ja, hier, Dings bekommen wir. Ein Gemüse. Zwei Kräuter sogar. Das ist ganz gut. Da kann man auch irgendwie später Zigaretten draus drehen oder sowas. Eine Bandage. Das ist gut für unseren Verletzten. Ein Wasser immerhin noch. Jetzt haben wir richtig viel Wasser. Und noch ein Holz. Das Holz nehmen wir immer gerne, weil wir haben echt einen harten Winter. Wir brauchen richtig viel Holz. Alles genommen. Ja. Dann kommt auch die Karte wieder raus. Das heißt, das waren schon alle Aktionen. Und dann können wir jetzt überlegen, Sonnenuntergang. Wir können alle trinken lassen. Keiner kriegt irgendwie groß Durst. Das ist gut. Müssen wir nicht drauf würfeln. Dann können wir jetzt auf jeden Fall überlegen, was wir machen. Können auf jeden Fall einmal Arika essen lassen. Das Gemüse. Dann bleibt ihr Hunger gleich. Wird nicht schlimmer und nicht besser. Und wir haben noch ein Gemüse. Da könnten wir mal Emira essen lassen. Dann wird auch ihr Hunger nicht schlimmer. Und bei Anton, der ist eh gerade so ein bisschen unser Problem, weil der hat einfach irgendwie alles. Steigt der Hunger jetzt auf zwei. Damit bleibt es aber dabei, dass er weiterhin keine Aktion hat. Also, wenn man nur zwei Aktionen hat. Und jetzt kann man schon überlegen, ob man vielleicht sagen würde, also wenn man jetzt total viel machen müsste. Total viel Ressourcen haben. Total viel bauen können. Wir wissen, wir haben nächste Runde nicht die passenden, also genug Aktionen dafür. Wir wollen das aber irgendwie alles machen. Könnte man überlegen, dass man Arika jetzt zu Hause lässt und schlafen lässt. Weil wenn sie über Nacht schläft, dann steigt ihre Schöpfung nicht. Immer wenn sie irgendwas macht, bekommt sie halt irgendwie einen, so einen Marker dazu. Und dann hat sie nächste Runde wieder noch zwei Aktionen. Aber sie ist zu gut. Aha, warte. Emira war ja eben auch beim Plündern dabei. Habe ich auch vergessen, musste ich die Dinger mal durchgucken. Da hätten wir noch ein Gemüse mehr bekommen. Das heißt, das Gemüse hätte dann jetzt der gute Anton essen können. Das ist ihre Spezialfähigkeit, ganz in Ordnung. Wenn die Emira beim Plünder anwesend ist, legt ihr ein Gemüse zu den gefundenen Sachen. Ja, damit haben wir den Hunger komplett im Griff. Das ist gut. Dann passiert einfach nichts. Ja, ich würde sagen, wir machen es wieder so wie eben. Wir lassen Anton wieder Wache stehen. Leider immer noch ohne Waffe. Wir haben ja nichts gefunden. Dann schicken wir die beiden wieder los. Da sie beim Plünder dabei ist, lege ich gleich mal das Gemüse da rein, damit wir das nicht vergessen. Ich würde dem Anton echt gerne einen Ball geben. Das heißt, da könnten wir jetzt auch wieder gucken. Werkstatt, da kann man keinen Ball bauen. Metallwerkstätte. Ein Holz, zwei Waffenteile und zwei Bestandteile. Hätten wir vor, nicht das... Aber das brauchen wir dafür. Fünf Bestandteile, drei haben wir gerade alles nicht mehr. Das könnten wir bauen, dann wären wir gegen den nächlichen Überfall ein bisschen abgesichert. Nur das zu machen, kostet uns mindestens zwei Tage. Wir brauchen Holz zum Heizen, weil es wird halt einfach immer kälter und die Leute werden krank. Das wollen wir verhindern. Das ist jetzt gerade so ein Szenario, so wie es momentan läuft. Haben wir immer hart am Limit zu kämpfen. Und wir müssen uns halt genau überlegen, was von diesem... Wir wollen halt irgendwie alles haben. Wollen ein Radio bauen, dann können wir sehen, was hier kommt. Was auch wieder eine Aktion kostet, das ist teuer. Regenwassersammelbecken, da kriegen wir mindestens ein Wasser. Im besten Fall sogar vier Wasser. Das heißt, wir brauchen nicht irgendwie Platz, um Wasser mitzubringen, sondern können uns andere Sachen mitholen. Also wenn man nach Hause bringt, man will da irgendwie alles haben. Das ist echt... Echt hart, aber wir können das jetzt mal so aufteilen und sagen, so gehen die Leute los. Was zur Folge hat, dass ihre Erschöpfung steigt. Das sind beide auf zwei. Und Rika bekommt jetzt Erschöpfung eins. Wir haben keine Waffen dabei und so. Wir könnten zum zerstörten Wohnblock gehen. Da haben wir schon eine klemmende Tür und einen Kellereingang. Das heißt, wir nehmen mal eine Schaufel mit. Damit haben wir jetzt nur noch fünf Inventarplätze übrig. Was brauchen wir denn gleich? Wir wollen ja... Wenn wir so eine Werkstätte bauen, wäre natürlich eine Autowerkstatt auch echt gut. Und Bandaren und reiner Alkohol wären auch echt gut für Emira, weil die Abhängigkeiten haben. Man muss auch immer so ein bisschen gucken, was seine Leute brauchen. Was man da so haben will. Und da ist halt immer die Frage... Hier haben wir 14 Karten. Ihr habt ja gerade gesehen, wie schnell so eine Erkundung vorbei sein kann. Hier nur 10. Selbst wenn das jetzt der wichtige Ort ist. Man denkt ja, die Rutschung von oben nach unten nach. Eben war es ja auch so, dass der oberen Ort ausgetauscht wurde. Wir gehen einfach mal... Ja, wir gehen einfach mal zum zerstörten Wohnblock und hoffen mal, dass wir da coole Sachen finden. Das heißt, wir nehmen jetzt hier auch wieder 14 Karten vom Stapel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Und gucken wir uns auch da erstmal um, würde ich sagen. Wir können hier leider nicht handeln. Handeln ist, wie gesagt, immer super gut. Leg zwei Erkundungskarten zurück. Das heißt, wir haben eben noch 12. Und legt dann 601 ab. Falls man da würfeln muss, würfe ich gleich mal. Ich habe keine 1. Und 3 ist fast genauso schlimm. 601. Gucken wir da mal rein. In diesem Wohnblock haben schwere Kämpfe stattgefunden. Die meisten Anwohner waren bereits geflohen, als die Visini-Rebellen hier auf Streitkräfte der Regierung trafen. Mittlerweile ist das Gefecht vorbei. Es dürfte reichlich zum Plündern geben. Schließlich sind Leute überhastet aus ihren Häusern geflüchtet. Die menschenleere Stille jagt uns eine Gänsehaut über den Rücken. Zurück zum Spiel. Also nur Stimmung. Nichts passiert. Aber das ist halt bei den Spielsummen. Das heißt, jetzt können wir sagen, okay, Plünderung geht los. Wir gucken mal. Oh, wir können jetzt Kram durchsuchen. Kram ist immer gut. Das hier geht natürlich wieder zurück auf 0, der Lärm. Auch immer, wenn man eine Begegnung hat, geht das wieder zurück auf 0. Und wir riskieren es einfach mal. Wir erhöhen das. Wir wollen hier keine Karten ablegen. Legen eine Lärmprobe ab. Eine 9. Passiert nichts. Wir ziehen wieder keine Karte auf einen Begegnungsstapel. Das ist privat ignorieren wir jetzt, weil wir hier nichts haben, was damit irgendwas macht. Und jetzt ziehen wir wieder eine Karte vom Fundsachenstapel und handeln den Kram ab. Kram ist eine Munition. Wir haben nur leider noch keine Waffen und eine Chemikalie. Das bringt uns leider gerade noch nicht so viel. Wir werfen den schwarzen Würfel. Eine 6. Und bei einer 6 bis 7 finden wir einen Kaffee. Leider haben wir keinen bei uns bei, der irgendwie Kaffee abhängig ist. Da werden jetzt irgendwie Zigaretten oder Schnaps deutlich besser. Aber nun gut. Dann mischen wir auch die Karte hier wieder rein. Und dann gucken wir mal weiter. Tür. Da können wir jetzt das Schlüsselloch spielen. Hier eine Erkundungskarte zurücklegen und uns dann die oberste Karte vom Unbekanntstapel ansehen. Oder reingehen, Lärm erhöhen oder eine Lärmprobe ablegen. Wir versuchen, also das ist auch so ein bisschen, manchmal kann man auch, wenn man das hier nicht sofort am Anfang macht mit diesem sich umgucken, können wir jetzt auch sagen, wir legen eine Erkundungskarte zurück, gucken uns die oberste Karte an. Und wenn die böse ist, können wir sagen, wir machen jetzt den Schritt hier mit dem, was wir gerade gemacht haben, das Skript lesen und umgehen dadurch diese nicht ganz so gute Karte. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal die Lärmprobe. Neun. Alles gut. Also keine Begegnung. Und dann können wir jetzt einfach die nächste Karte ziehen. Schutt. Da müssen wir jetzt gucken, ob es hier auf dieser Karte Schutt gibt. Gibt es. Wir haben eine Schaufel dabei. Also alles gut. Das heißt, wir können diese Karte sofort abhandeln. Wegschaufeln, erfordert eine Schaufel, legt eine Erkundungskarte zurück, erhöht den Lärm um eins, ne, man hört uns halt schaufeln und legt eine Lärmprobe ab. Sieben. Wieder alles gut. Wenn wir jetzt irgendwie eine Eins oder Zwei oder Drei gewürfelt hätten, würden wir sofort die Begegnung abhandeln und erst danach weitermachen. Jetzt legt fünf Karten vom Erkundungsstapel auf den Unbekanntstapel. Das heißt, wir haben was, ja, weggeräumt und haben dadurch jetzt wieder mehr, was wir erkunden können. Ähm, und dann, ähm, ziehe zwei Fundsachen, Karten und handeln sie ab. Fundstelle Kram, anschließend wird die Karte Schutt abgelegt. Das heißt, hier haben wir jetzt fette Beute gefunden. Wir ziehen hier einfach zwei Karten und handeln beide ab. Das heißt, wir würfeln auch für beide. Also gucken wir mal. Äh, Kram. Da finden wir ein Buch und zwei mechanische Teile. Das ist super. Das Buch können wir nämlich verbrennen. Ich weiß, es ist bitter, aber wir können es tun. Und können auch das hier hinlegen. Würfeln für diese Karte. Haben eine Acht. Eine Acht ist Gemüse. Voll gut. Das ist gerade echt nicht so schlecht. Können wir ein bisschen weiterspielen und speichern. Und bei der anderen Karte, beim Kram, ein elektrisches Teil. Ein Filter. Den können wir für den Regenwasserfilter ganz gut gebrauchen. Und ein Waffenteil. Damit können wir jetzt schon fast einen Axt bauen. Aber wir sind jetzt auch schon beim Gewicht. Hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, man könnte jetzt überlegen, das Ganze zu beenden. Wir würfeln nochmal. Haben eine Acht. Das ist nochmal ein Gemüse. Puh, das ist eigentlich schon echt gut. Wir haben nur kein... Ah, Wasser. Zack, hier noch so ein Gemüse. Da hätten wir drei Gemüse für alle. Da würde nur einer ein bisschen dursten. Aber das kann man auch mal einen Tag machen. Also können wir jetzt schon überlegen, wir kehren gleich zurück. Oder wir machen weiter. Wir machen mal weiter. Da ist jemand, der höhlt den Lärm um 3. Oder beendet die Erkundung. Puh, ist jetzt risky. Erkundung kann sein, dass unsere Leute einfach wegsterben. Das ist übrigens ein Part, der bei dem Spiel nicht ganz so optimal ist. Wenn sowas halt passiert und wir jetzt am Anfang gespielt sind, kann es eben wirklich sein, dass die Leute krepieren. Ich habe die Kickstarter-Version davon. Da gibt es noch so eine Art Minispiel, wie man den Kampf in dem Fall abhandeln kann. Das ist so ein bisschen clunky, nicht ganz so super elegant. Aber auf jeden Fall gut, weil damit kann man so einen Kampf vermeiden. Nur mit Verletzungen da weggehen. Habe ich noch nicht gespielt. Habe ich heute bei Boarding mit was drüber gelesen. Wenn ihr das habt, nehmt das auf jeden Fall rein. Das macht das Spiel gerade am Anfang deutlich fairer. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Speisekammer durchsuchen. Ich möchte hier nichts riskieren. Ich lege mal zwei Karten zurück und ziehe eine Karte vom Fundstapel um die Speisekammer. Ein Schnaps ist gut, zwei Zigaretten, ein Kaffee. Ja, Schnaps ist halt gut, weil ich glaube, Emira war ja so ein bisschen abhängig. Wiegt halt leider auch eins. Kaffee wiegt zum Glück nichts. Und Zigaretten wiegen auch nichts. Jetzt ist die Frage, was wollen wir eigentlich groß finden? Wollen wir jetzt noch mehr? Wir können natürlich hoffen, dass wir irgendwie eine Waffe irgendwo finden. Eine Waffe finden ist viel besser als eine Waffe zu bauen, weil das spart einfach Aktionen und alles. Wir riskieren es mal und machen weiter. Verschlossene Tür. Gibt es hier nicht, steht nicht auf der Karte drauf. Das heißt, damit können wir nichts machen. Treppe nach unten. Einen anderen Weg suchen oder Treppe nehmen. Lärm um drei erhöhen. Lärmprobe ablegen. Wir legen auf jeden Fall, also wenn es jetzt zu Ende ist, wäre es mir egal. Wenn wir noch was Cooles finden, ist es auch gut. Also legen wir einfach drei Karten und dann passiert nichts. Realitätsschock. Es ist immer cool, wenn das passiert. Wenn passiert mir irgendwas aus dem Skript. Gucken wir mal. Dann haben wir hier grau, das zweite von links. Mischen dann auch die Karte wieder rein. Und dieser Realitätsschock sagt uns jetzt, guckt auf der aktuellen Karte unter Erkundung nach. Das heißt, wir gucken jetzt hier auf dieser Karte. Hier unten steht Erkundung und seltener Fund. Das wäre natürlich richtig cool. Aber wir haben jetzt hier Erkundung. 3, 1, 3. Also gucken wir auch da wieder. Das Treppenhaus ist halb zerstört. Um die höher gelegenen Wohnungen zu erreichen, müssen wir springen. Anders lassen sich die klaffenden Löcher zwischen den Treppenstufen nicht überspringen. Plötzlich sehen wir eine Bewegung in den Trümmern. Jemand eilt mit großen Sätzen nach oben. Es ist ein kleines Mädchen. Im Sprung verliert es eine Puppe, die beinahe so traurig aussieht wie das Mädchen selbst. Wir heben die Puppe auf und folgen dem Mädchen. Oder wir suchen einen anderen Weg nach oben, zurück zum Spiel. Das ist halt so ein bisschen das Fatale bei diesem Spiel. Oder wo ich noch nicht ganz weiß, wie ich das finde. Man macht das immer. Man will ja wissen, was da kommt. Ich finde mal Events cool, wo man einfach zwischen zwei Sachen aussuchen kann. Es passiert irgendwie immer was. So ist halt immer die Frage, was wäre passiert, wenn. Darum bin ich natürlich auch nett und hoffe, dass die jetzt irgendwie nicht böse große Brüder hat. Und guck mal bei 1661. Und siehe da. Der Mädchen fällt es definitiv leichter, den zerstörten Treppenschacht zu erklimmen, als uns Erwachsenen, die uns mit Mühe durch die engen Stellen quetschen müssen. Nach einer Weile hören wir Stimmengewöhren kommen schließlich an eine beschädigte Tür, die direkt in ein Wohnzimmer führt. Über ein Dutzend Kinder haben dort Unterschlupf gefunden. Das Älteste ist etwa ein 15-jähriger Junge, der sich in bedrohlicher Pose vor uns aufbaut. Mit der Hand schreckt er uns ein Messer entgegen. Die andere hält er schützend vor das kleine Mädchen. Entweder wir gehen auf die Knie und zeigen ihnen die Puppe, oder mit erhobenen Händen gehen wir zurück. Wir zeigen natürlich die Puppe und hoffen, dass er uns nicht absticht. Trotz der Protest des älteren Jungen und dem Kreischen der kleineren Kinder kommt das Mädchen auf uns zu und nimmt die Puppe in den Fang. Der ältere Junge ergreift das Wort. Danke, aber jetzt geht bitte. Wir haben hier nichts Wertvolles. Unsere Eltern sind tot. Oder haben uns vergessen. Ihr solltet das auch. Schreibt Weißenhaus 909 auf einen leeren Marker und legt ihnen auf das Feld gefundene Sachen. Aber jetzt könnt ihr in jeder Plünderphase zwei Kundungskarten zurücklegen, um diesen Ort aufzusuchen und den Kindern etwas zu essen zu bringen. Siehe 1369. Bis dahin zurück zum Spiel. Jetzt kann man auch mit einem Postal etwas anderem machen. Da gibt es hier so leere Marker. Die sollen wir auch extra nicht wegschmeißen. Hier haben wir jetzt schon irgendwie Ärzte gefunden. Das heißt, die Rückseite können wir jetzt nehmen. Schreiben da jetzt Waisenhaus 999 drauf und können das jetzt immer an diesem Ort hier machen. Hier weiß ich jetzt gar nicht mal, ob man wirklich immer, ob diese Karte ausliegen muss, ob man einfach immer hingehen kann, während man draußen rumgeht und plündert und kann den Kindern was zu essen geben. Wir haben gerade was zu essen. Darum machen wir das jetzt mal. Wir sind ja nette Menschen und können die Kinder nicht leiden sehen. 1-3-6-9 und gucken mal, das würde uns wahrscheinlich nichts bringen, aber wir waren gute Menschen. 1-3-6-9 Achso. Mittlerweile kennen wir den Weg zu dem versteckten Waisenhaus in dem zerbombten Wohnblock. Wir bringen den Kindern etwas zu essen. Pro gemüserohes Essen, die ihr vom Feld gefundene Sachen ablegt, sinkt die Traurigkeit aller anwesenden Charaktere um zwei oder wir scheuen keine Kosten und Mühen, um bei den Friedenstruppen um Unterstützung für die Kinder zu werben, legt 10 Erkundungskarten zurück oder legt Mark am Gesamtwert von 20 oder mehr vom Feld gefundene Sachen ab. Siehe 1-9-0-8 Ja, das können wir jetzt nicht, weil wir haben gar nicht so viele Karten hier liegen. Das hat sicher irgendwelche Auswirkungen auf den Epilog, dass wir am Ende erfahren, was aus den Kindern geworden ist, dass es irgendwie gut geht, dass die toll sind, dass die uns irgendwie dankbar sind oder keine Ahnung. Können wir jetzt aber noch nicht machen. Wenn wir aber unbedingt gute Menschen sein wollen und das irgendwie schaffen wollen, dann wissen wir jetzt, okay, diesen Ort gibt es hier. Wir können versuchen, beim nächsten Mal dahin zu gehen, irgendwie den Kindern Essen zu geben und können auch einfach versuchen, das zu schaffen. Und wir wissen auch, wir können unsere Traurigkeit ersenken. Aktuell ist nur Emira traurig und sie hat Traurigkeit 1. Da kommt jetzt wieder natürlich die Mechanik zu tragen. Können wir sagen, okay, dieses Essen behalten wir. Wir können es den Kindern geben, das wäre das Richtige, aber wenn wir bei Kräften bleiben, können wir sammeln, können dafür sorgen, dass den Kindern es hoffentlich gut geht, dass wir irgendwie die bei den Friedenstruppen rausbekommen, dass die irgendwie ein Herz haben und deswegen sorgen wir dafür, dass wir bei Kräften bleiben. Sagen den Kindern aber, wir kommen wieder, wir bringen euch morgen Essen, wenn ihr dann starken Hunger habt. Also man kann das immer so ein bisschen thematisch auffüllen und wir werden versuchen, euch da irgendwie rauszubekommen. Haben natürlich auch nur so lange, also das bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob wir halt immer zu diesem Waisenhaus gehen können oder nur so lange diese Karte hier liegt. Ich würde es jetzt mal so spielen, dass wir es einfach immer können, weil wir wissen ja, dass die da sind. Und ja. Das war der Realitätsschock. Das ist jetzt auch einmal passiert. Das wird euch vielleicht in den nächsten 30 Partien nicht wieder passieren, weil ihr dann irgendwie ein anderes Ereignis hättet. Also geht jetzt einfach unsere Erkundung weiter. Wir können das Mobiar durchsuchen. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit unserem Loot. Wir haben hier eh nur noch zwei Karten. Wir legen zwei Karten zurück. Wir sind wieder um eine Begegnung drumherum gekommen. Ziehen eine Karte auf den Fundsachenstapel, machen Mobiar. ein elektrisches Teil, ein mechanisches Teil, ein Kraut. Das ist gar nicht so schlecht. Leider wiegt das alles sehr viel. Gut. Dann ist die Plünderei hier vorbei. Das heißt, das wird hier wieder reingemischt. Dann kommen auch die Karten hier wieder zurück und werden da gut reingemischt. Und dann kommt jetzt der nächtliche Überfall. Leider, leider, leider haben wir keinen Bayer gefunden. Wir haben, glaube ich, auch keine Waffenteile gefunden. Das heißt, wir können das nicht bauen. Und jetzt müssen wir erst mal gucken. Nächtlicher Überfall. Landstreicher. Drei beliebige Marke-Ressourcen, die wertvoll sind zuerst. Das wäre gar nicht so gut. Er ist unbewaffnet. Das heißt, er würfelt. Leider hat er auch wieder Stärke Null. Er kann das nicht wiederholen. Das heißt, er kriegt zwar keine Verletzung, aber wir finden jetzt drei Marke und zwar die wertvollsten. Schmuck. Ist uns egal. Dann klauen die Bandagen. Und dann die Kräutermedizin. Er hält zwar Wache, aber die sind jetzt irgendwie rein und bevor er was gemerkt hat, sind die wieder raus. Und auch das muss man sich immer so ein bisschen zurechtlegen. Diese Karte wird anschließend entfernt. Das ist wohlgemerkt die harmlose von den beiden. Die kommt jetzt auch aus dem Spiel raus. Und diese drei Marke kommen weg. Das ist ärgerlich. Hätten wir jetzt schon hier irgendwie ein Brett, dann hätten wir das zubauen können. Aber das schafft man meistens erst relativ spät im Spiel. Außer man geht da gleich voll drauf. Dann kann man da irgendwelche anderen Sachen nicht machen. Ja, begrenzt gut. Aber so ist es. Jetzt kommen die Leute zurück. Das heißt, jetzt können wir erstmal gucken. Also alles, was kein Gewicht hat, können wir einfach so schon mal wieder ins Lager packen. und haben das auf jeden Fall mit nach Hause genommen. Jetzt müssen wir halt auch überlegen, brauchen wollen wir all diese Teile haben oder wollen wir stattdessen vielleicht noch irgendwie ein Wasser mitnehmen oder ja, irgendwie einen Kaffee haben wir hier, Filter. So, jetzt ist halt die Frage. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gewicht und unsere beiden Leute können maximal nur 6 tragen. So ein Schnaps ist auf jeden Fall gut. So ein Waffenteil ist auch gut. Dann können wir einen Beil bauen. Ich glaube, ich will so einen Beil bauen, weil ich will nicht ständig Sachen verlieren. Dafür brauchen wir eine Metallwerkstätte. Also zwei Waffenteile hätten wir dann. Zwei Bestandteile, da könnte man noch eins mitnehmen und ein Holz haben wir auch. Dann hätten wir einen Beil. Um das zu bauen, braucht man fünf Bestandteile und drei Holz. Darum würde ich jetzt sagen, wir versuchen einfach mal diese Metallwerkstätte zu bauen. Also, wir müssen eh dann gleich irgendwie stöbern gehen. Nehmen wir noch ein Wasser mit und dann einfach mal eins, zwei, drei von diesen Bestandteilen noch. Und das sind das ganz, oh, die Schaufel. Die Schaufel brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, die nehmen wir auch mit und nehmen dann nur das mit nach Hause. Wir brauchen eigentlich dringend auch Leute, die mehr schleppen können, weil so wird das nichts. Legen die Sachen ins Lager. Haben die dann. Den ganz einander schönen Blut hier müssen wir leider zurücklassen. Das Weisenhaus-Ding können wir mal hier drauflegen. Und ja, das reicht leider noch lange nicht für alles, aber die kommen auch wieder zurück. Wir gucken hier mal ein Journal, ob wir irgendwas vergessen haben. Nein, nein, nein. Ausbruch von Kriminalität. Die letzten beiden Begegnungskarten nehmen wir mal und mischen die hier rein. Aber jetzt müssen wir den technischen Überfall nehmen, der halt sicher kommen kann. Aber wie gesagt, Begegnungen, bisher haben wir die fast komplett vermieden, außer die einen, die wir ziehen mussten. Und wenn ihr halt sehen wollt, also ich kann euch mal ein paar Sachen zeigen. Zivilisten, Soldaten, Landstreicher, Ratten, Obdachlose und noch mehr. Wenn ihr wisst, was da kommt, müsst ihr das Spiel einfach selbst spielen. Und ja, dann sind wir auch schon bei der Sonnenaufgangsphase. Die haben uns leider die Sausecke unserer Medizin geklaut. Das heißt, wir können nicht mehr dafür sorgen, dass der gute Anton jetzt vielleicht wieder gesundet. Vielleicht wird er sogar noch kränker, weil er einfach keine Medizin hat, die wir ihm geben können. Da ist wieder halt dieses Thema super gut aufgegriffen. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Schicksalsstapel, haben auch den wieder gut gemischt, ziehen die oberste Karte. Ja, und jetzt ist es nämlich ja doof. Bei allen Charakteren mit Verletzungen, denen keine Bandagen zugeteilt wurden, steigt die Verletzung um 1. Unser guter Anton ist verletzt, er hat keine Bandagen, also steigt das. Jetzt hat er auch nur noch eine, also eh nur noch eine Aktion, das können wir auch nicht mit Bett irgendwie besser machen. Ach ja, ein Bett haben wir gebaut, sehr gut. Bei allen, denen Medikamente zugeteilt wurden, sinkt die Krankheit um 1. Das heißt, jetzt hätten wir die Krankheit reduzieren können. Leider hatten wir keine Medikamente, aber es ist auch nicht schlimmer, das ist gut. Falls das Ergebnis von Kältemarkern minus Brettermarkern vieler mehr ist, steigt die Krankheit aller Charaktere um 1. Wir haben da ja drei liegen, das heißt, da sind wir noch knapp drunter. Gut, dass wir letzte Runde so geheizt haben, dann wären die Leute nicht alle krank. Abwartenmarker werden abgehandelt, haben wir nicht. Persönlichkeit A aller Charaktere wird wieder abgehandelt, danach kommt die Karte zurück in den Schicksalsstapel. Da gucken wir auch wieder. A, eine Zigarette ablegen, Zigarette haben wir, also ist Erika, jetzt wird sie nicht trauriger, weil sie nicht zu rauchen hat. Schnaps oder Alkohol zurücklegen, damit Emira nicht traurig wird, auch hier, kommt wieder zurück. Und Anton, wenn mindestens ein Buch im Lager ist, ist leider der Fall, dann sinkt seine Traurigkeit immer noch. Er hat nicht mal Traurigkeit, es sei denn, sie ist auf Stufe 0 und seine Erschöpfung steigt um 1. In den Regeln steht Gott sei Dank drin, wenn irgendwelche Regeln unklar sind, spielt sie so, wie sie irgendwie Sinn machen und ich würde sagen, da er gerade nicht traurig ist, muss er auch nichts lesen, um sich aufzuhaltern und dann passiert da einfach nichts. Das ist zwar ein bisschen zu unseren Gunsten, aber dieses Spiel ist so wenig ein Feel-Good-Spiel, da kann man das mal so ein bisschen Feel-Good-mäßig spielen. und dann kommen jetzt noch die beiden Erzählaktionen. Tür eintreten, eine Tür automatisch öffnen oder Kopfschuss. Die ist situativ, wie gesagt, wir versuchen begegnen zu vermeiden, Tür eintreten kann uns immer noch was helfen, darum nehmen wir mal die Tür eintreten, damit können wir einfach eine Tür automatisch öffnen in der Plünderphase oder in der Tagesaktionsphase, das heißt, wir können hier zum Beispiel irgendwie durch. Wir haben auch kein Sägeblatt, das kann sein, dass uns der Keller noch lange Zeit verschlossen bleibt, das wäre super doof. Und jetzt können wir auch noch, nachdem alles abgehandelt wurde, die Wer-Ist-Da-Karte spielen, dann ziehen wir zwei Karten vom Besucherstapel und handeln die ab. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Wir mischen auch die gut durch und gucken mal, nehmen irgendwie die und die hier. Und wir handeln ja auch, beide ab steht auf der Karte, genau, wir handeln beide ab. Also, wir haben einmal einen Arzt, einen Mediziner, erstmal nehmen wir die andere, die Ankunft, ein verletzter Fremder bittet im Unterschlupf. Falls ihr die Person aufnehmen wollt, zieht eine Karte vom Stapel und benutzt eine Pistole, auf jeden Fall nehmen wir den auf und fügt sie der Gruppe hinzu, das heißt, wir ziehen hier so einen Charakter, ist sogar ein roter, Roman, ein Deserteur, kampfabprobt, immer den gelben Schusswaffenwürfel, hat drei mit Haarplätzen leider auch nur, drei in Partie nur, das ist nicht schlecht, und stärke drei, der kann dreimal neue Würfel, das ist nicht schlecht. Den nehmen wir jetzt auf jeden Fall auf, legen den hier hin, suchen gleich die Miniatur raus, machen da hier dieses orangene Ding drauf und stellen den auch hier hin. Der hat jetzt leider schon zwei Verletzungen, also Leute, die man aufnimmt, denen geht es immer nicht so gut leider. und auch einmal Hunger natürlich, die kommt immer ein bisschen hungrig an, aber, ihr seht es vielleicht schon, er hat eben auch eine Pistole mit einer Munition, wir haben ja sogar Munition schon gefunden zwischendurch, ohne dass wir eine Pistole haben, das heißt, das haben wir jetzt auch schon in unserem Vorrat, das pimpt uns natürlich hier richtig hart. Verletzt uns mal einen Pistole, entfernt dann diese Karte Ankunft aus dem Spiel, wir hätten auch sagen können, wir nehmen ihn nicht auf, dann hätten wir ihn einfach handeln können, und die Sachen zum Beispiel kaufen können, und auch hier gibt es wieder irgendwelche Events, die ausgelöst werden können, unter bestimmten Realitätsschocks, und dann kommt der Arzt, ein Mediziner kommt an eure Tür, und bittet seine Dienste an, natürlich für einen gewissen Preis. Ihr könnt Marke im Gesamtwert von 10 oder mehr, aus dem Lager ablegen, und damit die Krankheit oder Verletzung eines Charakters, eurer Wahl um 1 sinkt. Nur ein Charakter kann sich von dem Arzt behandeln lassen. Hmm, das ist mir irgendwie ärgerlich, aber da könnten wir eine Verletzung senken. Anton würde ich ja schon fast ein bisschen aufgeben, mit Roman kann man schon wieder ganz gut was anfangen, der hat ja dann auch direkt in der nächsten Runde zwei Aktionen, und da, tja, nur was geben wir da aus? Wir haben im Prinzip nicht, oh, das ist bitter, ja, das ist jetzt die Frage, Sachen ausgeben, die man vielleicht gebraucht, also Filter und Zucker, Kaffee braucht man nicht, wären 3,5, eine Munition wären 8, eine Zigarette wären, ja, und hier die beiden Kräuter, drei Kräuter, oh, doch, das geht, ähm, also wir geben auf jeden Fall den Zucker aus, das hier, 6, dann sind wir bei 7, 8, 9, 10, und die Chemikalien noch, dann können wir den, hier, Chemikalien weg, 8, dann brauchen wir noch was im Wert von 2, Filter ist gut, eine Zigarette, und den Kaffee, okay, das geben wir dem guten Arzt jetzt alles mit, dann wird diese Karte wieder in die Besucherstapel zurückgemischt, das ist doch schon mal gut, das heißt, diese Arzt, den können wir potenziell wieder treffen, deswegen kann es sich lohnen, nach draußen zu gehen, und da solche Begegnungen zu haben, und dann kommt das jetzt leider alles weg, das ist aber nicht so schlimm, Zucker hier, das da, 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 und dann hat der hier nur noch eine Verletzung, und hat damit wieder 2 Aktionen an den Exonen, das ist natürlich super gut, die Erzählaktionskarte habe ich schon gezogen, und damit ist auch dieser zweite Tag vorbei, hat jetzt so ungefähr 40 Minuten gedauert, ich habe es jetzt solo gespielt, mit viel Quatschen, wenn man es solo ohne viel Quatschen spielt, kann das sicher auch, also man kann das relativ zügig spielen, ich würde sagen, so ein Tag in 20 bis 30 Minuten ist realistisch, dann ist man in so 6 Stunden durch, wenn ihr es zu zweit spielt, werdet ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr miteinander bequatschen, machen, vorlesen, über Situationen an sich sprechen, ein bisschen auch irgendwie so Table Talk machen, und dann seid ihr locker bei einer Stunde pro Tag, und ihr braucht da halt so 10 Tage von, das dauert ein bisschen, man spielt das nicht an einem Abend durch, es gibt so Szenarien, die es jetzt als Kickstarter-Stretch-School gab, ich weiß nicht, ob es die auch später in der Version gibt, die sollen ein bisschen schneller gehen, weil man nicht so viele Tage spielt, da kann es sein, dass man das Ding an einem langen Abend auch zu zweit durchspielen kann, oder wenn ihr Solo spielt, halt in einer deutlich kürzeren Zeit, und ja, das war es jetzt, ich finde es fast ein bisschen schade, ich bin am überlegen, ob ich das Ganze nicht speichere, und einfach morgen weiterspiele, weil das ist gerade eine coole Truppe, den Leuten geht es gut, wir haben hier nicht so ganz super viele Sachen, wir können uns auch noch nicht ganz einen Ball bauen, also wir sind noch nicht wirklich über dem Berg, aber es läuft, wir haben noch Kinder, die wir irgendwie retten können, oder vielleicht retten können, wir wissen nicht, ob das klappt bei den Friedenstruppen, oder ob wir einfach das Geld rausgehauen haben und nichts passiert, das, ja, werden wir nicht gewahr werden, wir wollen noch ganze Sachen bauen, die Metallwerkstätte, um uns ein Ball zu bauen, das ist halt super umständlich, wenn wir ein Ball finden würden, wäre es besser, aber man kann natürlich Nacht für Nacht losgehen, hoffen, dass man eins findet, aber vielleicht findet man nie eins, also man kann, wenn man will und sich spoilern will, hier auch schon mal die Sachen durchgucken, und dann sieht man vielleicht irgendwo, ah, da ist ein Bye-Bye, oder auch nicht, auch hier gibt es einen Realitätsschock bei den Fundsachen, hätten wir sogar als nächstes gezogen, ähm, einen seltenen Fund, interessant, aber, ja, ich will euch gar nicht viel mehr zeigen, weil, wie gesagt, ich habe euch jetzt natürlich schon ein bisschen was gezeigt, aber man will ja auch einfach viel erleben, aber ihr seht es schon, es gibt so viele Sachen, man kann einen Realitätsschock irgendwie hier haben und dann da so ein Scripting ziehen, man hat hier verschiedene Aktionen, die Orte sind in einem Spiel gar nicht alle drin, ähm, es gibt hier so viele Dinge, die passieren können, jetzt haben wir halt dieses Waisenhaus, beim letzten Mal hatten wir irgendwie Ärzte ohne Grenzen, so einen Typen, der uns einen Generator geliefert hat, wo wir auch immer wieder, ähm, Sachen kaufen konnten, also, dass ihr hier wirklich zwei Partien habt, die auch nur ansatzweise eh nicht verlaufen, kann passieren, aber ist sehr, sehr selten, und, ähm, ja, also, ich hab's ja schon gesagt, ich find dieses Spiel super gut, es ist halt weniger ein Spiel, in der englischen Rätsel, so ein Off-Bord-Geek hab ich gelesen, es ist mehr Art, also mehr Kunst, als das ein Spiel ist, das ist jetzt Geschmackssache, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, ihr wisst ja, ich steh total auf thematische Spiele, wo man voll in dieses Spiel eintauchen kann, die dieses Thema super gut transportieren, dieses Thema hier ist natürlich super bedrückend, ne, ich mein, Krieg ist einfach was, was keiner, also ich hoffe, dass die meisten von euch das nicht miterlebt haben, und keiner möchte, dass genau das passiert, ne, ich bin hier in Göttingen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Göttingen auf einmal, warum auch immer, belagert werden würde, und wir hier nicht mehr rauskommen würden, und hier dann irgendwie alles zerbombt wird, und ich wohne hier noch im Dachgeschoss, das ist mir super schlecht, ähm, und da irgendwie Scharfschützen auf den Bergen drumherum sind, und, ah, also wirklich etwas, was man sich auch nicht ausmalen möchte, ähm, es gibt bei diesem Spiel, zumindest bei Kickstarter, so einen Umschlag, Kampagne einmal durchgespielt hat, ich werde euch nicht verraten, was da drin ist, aber man packt das aus, guckt erstmal, denkt sich, hä, was hat das damit zu tun, guckt dann, und sieht, oh, wie bitter, und wie wahr, also dieses Spiel, macht einfach, das, was es will, finde ich, setzt es super, super, super gut um, und da werde ich in meinem Fazit-Video, nochmal ein bisschen aus Früchel drüber reden, und ja, das war, This War of Mine, Tag 1 und 2, es folgen noch einige Tage, also wenn ihr mal gucken wollt, ähm, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, und dann, sechs, sieben, acht maximal, das sind, glaube ich, insgesamt zehn Tage, die man hier spielt, das geht, ist immer noch ein langes Spiel, aber geht, ähm, hier bei den Endereignissen kann es halt sein, dass man sofort den Waffenstillstand zieht, oder irgendwelche anderen Schlimmkarten, und, äh, dann dauert es halt noch ein paar Tage, und, ja, das hat immer die Frage, in unserer letzten Kampagne ging es uns ziemlich gut am Ende, wenn man da aber so kurz vor knapp ist, und so rumkrebst, und denkt, oh, bitte, das ist vorbei, sondern dann kommt noch ein Tag, und noch ein Tag, dann ist es schon echt hart, wir sind im letzten Spiel allerdings dann auch gar nicht mehr losgegangen, wir haben uns nur verschanzt, geschlafen, und alles war gut, ähm, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt hier noch mit der Kälte irgendwie, ähm, gucken, dass wir das in den Griff bekommen, dass wir vielleicht einen verbesserten Ofen bauen, aber das werden wir jetzt nicht mehr gewahr, wie es dieser Gruppe, Arika, Amira, Anton und Roman ergeht, ähm, das wissen wir nicht, ich hab ja das Kickstarter-Ding, da gab es auch noch so Erinnerungen, an damals, da kann man sich dann den Charakter raussuchen, den man dabei hat, zum Beispiel irgendwie Arika, und dann gibt es hier verschiedene Dinge, wo irgendwelche Sachen, wo irgendwelche Dinge passieren können am Tag, dass die Traurigkeit auf Stufe 3 geht, dass sie auf 0 geht, dass sie plündert, ähm, dass sie ein Messer hat, dass sie jemanden getötet hat, und dann kann man hier in diesem, noch so extra Heft, auch wieder, ähm, so ein Event vorlesen, das ist so, keine Ahnung, 70% Stimmung, einfach nur, dass man noch ein bisschen mehr über diesen Charakter erfährt, und manchmal sind es auch Sachen, die irgendwie, oftmals gut, vielleicht manchmal negativ, wie gesagt, so viel habe ich das Spiel noch nicht gespielt, ähm, sein können, aber es ist auch eine super, super gute Erweiterung, es gibt noch so eine andere kleine Karten-Erweiterung, die nennt sich das Herz der Stadt, da liegen hier einfach 5 Karten aus, am Ende einer Plünderphase kann man dann, ähm, sagen, okay, wir gehen da hin, das kann man nur 5 Mal im Spiel machen, Würfel dann in Würfel, hat dann auch in diesem Herz der Stadt-Script, irgendein Event, das passiert, also wo man dann irgendwie, Dinge gewinnen kann, irgendwelchen Leuten helfen kann, von irgendwelchen Leuten reingelegt wird, in eine Falle gelockt wird, Verletzungen erleidet, also alles noch für noch mehr Stimmung, das ist schon echt ganz gut, und bei Kickstarter gab es noch andere Sachen, ich denke, die wird man hinterher auch alle kaufen können, also irgendwie noch Kinder, dass man in das Haus kommt, und da ist ein Kind drin, in das man sich kümmern muss, wo man nochmal dafür sorgen muss, dass es fröhlich bleibt, wo man irgendwie eine Burg bauen muss mit denen, oder irgendwie so ein Kinderzimmer einrichten muss, das irgendwie halbwegs hübsch ist, und da halt dafür sorgen kann, dass es diesem Kind einigermaßen gut geht, ähm, es gibt so einen Umschlag, den man öffnen kann, den man nur einmal benutzen soll, darf, kann, den man halt irgendwann richtig, also wirklich am Arsch ist, dann aufmachen kann, ähm, es gibt noch so Bauern, die man noch reinnehmen kann, es gibt, wie gesagt, noch so ein Taktik-Ding, also es gibt super viel, die Stretch-Goals, ich hoffe, dass man die später auch alle kaufen kann, finde ich super gut, weil, wie gesagt, dieses Spiel wird nie so sein, dass man es wirklich, ähm, irgendwann kann und weiß, einfach mache ich das, 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 weil ihr seht schon, jetzt passieren ganz viele Sachen, allein der harte Winter sorgt dafür, dass wir diesen Ofen bauen müssen, hätten wir vielleicht sonst gar nicht gemusst, und, ähm, wenn man das aber schon so zwei, drei Mal gespielt hat, dann ändert dieser, ändert dieser Erweitung einfach so ein bisschen das Feeling vom Spiel, gehen wir um neue Aufgaben, machen es vielleicht schwerer, vielleicht leichter, ist auf jeden Fall cool, funktioniert aber auch ohne alle schon super gut, also ihr seht, das Ding habt ihr so viel Wiederspielwert, ihr könnt das Ding so oft spielen, dieses Skriptbuch hier, das ist einfach super gut, das ist auch das, was dieses Spiel, soweit ich weiß, besser macht als das Brettspiel, und, ja, wie gesagt, das werde ich alles wahrscheinlich in meinem, ähm, Rezensionsvideo nochmal erzählen, das war's von mir, ich danke fürs Zugucken, danke für die Aufmerksamkeit, hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß, in Anführungszeichen, mit diesem Spiel, wie wir es bisher hatten, und es ist ein cooles Spiel, es ist ein einmaliges Spiel, es ist ein Spiel, das sehr weit oben meiner Top 100, landen wird, und, ähm, ja, das war's von mir, guckt ins Fazit-Video, ich sage bis bald, und tschüss. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018